Feuer frei! Ich stehe aber im Vakuum schon 150er Paket. 5000 Stück Vakuum für uns. Ich habe nur einzelne Paket gekriegt, aber ich habe bezahlt 8,08 Euro. Ein Paket. Aber 450 Stück. Einzelne. Ah, neun Pakete. Neun Pakete. Aber trotzdem, billiger als Kassel, die ich kaufe. Weißt du warum? Weißt du warum? Vielleicht kaufe ich nur bei euch wasser. Wie viel was soll ich bei Ihnen kaufen? Keine Gesichter. Du bist Ausländer. Kann ich 6 reinmachen? Ja, wenn einer mehr. Mach mal 6, ja klar. Ja. Und das. Und das. Ich aufruhre die gesunde Leute. Musst du warten hier. Wenn die blauen Scheiße hier. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.